Jetzt wird rasiert. Vielleicht. Ich bin gelettet auf dich, weil ich nicht will sein. Oh, wow. Ich hab noch nicht mal gesehen, was das war. Ich hab's nur ah'ah'n. Ach Gott. Wo ist das Ziel? Ah, das Ober? Ober. Okay, okay. Ah, der Gans riefst, ist auch noch eins. Oh, ach so, okay. Alles bewegt sich auch noch. Ja, das hab ich jetzt auch noch nicht ganz gehabt. Nein! Ah, es kommt trotzdem. Wolltest du nicht so ruf springen? Nein! Ah, ich hab den Metallhask. Cool. Und für den Magos. Ah, sie sind beide gestorben. Nein. Das ist ja eine easy-Runde da. Da hab ich einfach irgendwas drauf. In dem Fall ist ganz rechts der Skin von Kühne, in Ordina vermutlich. Nein, ich hab... ach so. Ich hab die Tür ab von Arne. Ich weiß noch gar nicht, wie sie... Das kann man leider nicht vorstellen. Ich glaub nicht, dass das jetzt so... Ich hab die Plattform selber angebaut. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Danke, du bist der Beste. Ja. Na bitte, es darf nicht zu Ihnen zoomen. Weil ich ziehe nicht, wenn ich das Ding schiesse. Oh, 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 oh. Ich hab die Platform selber angebaut. Ja, stimmt. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ist doch nur das übrig oder wie? Ja da. Viel Erfolg werd ich kein, ja. Oh! Nein! Also ein fairer Sportmann, der würd jetzt einfach runtergehen, weil das ist kein Sieg so. Das ist kein Sieg. Schade. Hol die Münze, dann komm. Ja, die tät ich auf alle Fälle holen. Er holt echt nicht einmal die Münze. So ein Jobmann, Mann. Teufel. Mann, was tue ich? Was tue ich wirklich? Bin ich da jetzt einfach geklärbebleiben, oder? Wir sind ein richtiger Ohren und Ries, gell? Ja, der Fall. Das ist ein richtiger Lowbob. Auf welchen bin ich denn drauf gestanden? Ah, da wo du grad das Ding auch für platziert hast. Wo ist eigentlich, ja. Oh Mann, ey. Ja, der schüsst ja, der puckt dagegen. Ja, ja. Jetzt chill mal. Nein, chill nicht. Mach da Stress. Chill du deine Nuggets mal. Ich tue es schon wieder. Ja, das war schon wieder das gleiche Ding. Na, da hätte ich dich schon gern gesehen. Er wartet noch mehr. Scheiße. Ja, dann krieg ich... Oh! Steht jetzt auf der gleichen Höhe, gell? Ja. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ich bin zu blöd für das Level. Okay. Ah, da ist ein Ding dort. Ja, okay. Ah, weißt du warum? Das Ding da am Rand, das klappt da, wenn du oben stehst. Okay. Na. Ah. Willst du mich verarschen? Meine eigene grüne Lampe hat mich verstummen gebraucht. Ja, da kannst du dir drüber tropfen. Ja, wow, ich schiebt's mir rüber. Tschüssi. Ah, da unten ist ja das Ding. Da hast du eh einen Bonuspunkt gekriegt, weil erster warst. Level ist mir schwer. Nein. Nein. Ah, ja. Ich habe mir gedacht, ich habe nichts genommen. Ich will dir nicht lange da oben stehen bleiben. Ah, da bin ich. Ich lasse mir jetzt da ganz viel Zeit. Oh. Oh. Ah, der mit dem Glatteis. Der ist mega. No risk, no fun. Schlanke ist gerade aufgegangen. Ist gerade aufgegangen. Ist gerade aufgegangen. Oh. Oh. Ich glaube, ich wollte einfach nur von dir und dir nicht schießen. Oh nein. Ja, als ob du da rüberkommst. Ja, ja. Boah. Jawohl. Ah. Jawohl. Ich habe ausweichen müssen. Boah. Das hätte ich so gesehen, wenn sie die weggezogen hätten. Holt die Münze, Markus. Holt die Münze. Ah, shit. Ich wollte es anklären, aber... Ich habe es nicht gesehen. Ah, shit. Ich habe es nicht gesehen. Jetzt wird es ganz verwirrend, denn... Boah, da musst du die ducken, dann schiebt sie die runter. Boah. Ah. Nein, da unten ist er. Mann. Das habe ich gar nicht gesehen. Das habe ich gar nicht gesehen. Ah. Nein. Du guckst nicht. Jawohl. Das hat keiner geschafft. Oh Gott, das habe ich gar nicht verrissen, dass mir da unten euch das Ding wegfällt. Ich wollte euch reudiges Spunk-Camp-Euchle wegbringen. Ja, Spawn-Camp-Euchle, genau. Ja, genau, Vivi. Oh ja, genau. Aber jetzt ist er. Jetzt ist er safe. Jetzt ist er safe. Da ist das Brett davor. Ah. Shit. Das Ding ist ja voll blöd. Ja, ich bin drüber gegründet. Ja, aber du... Jetzt kriege ich jetzt, dass ich Macbombe... Ja. Mac... Macbombe-Account. Wer hat die dämliche Stachelkugel auch nicht da? Also... Ich weiß nicht, wer das war, also... I don't know. Ja, so ein Kobe-K. Das kann man leider nicht von unten, ich glaube, das wäre auch nicht witzig. Oder klappt das so? Ja, aber dann schießt es da da. Nein. Ja, nicht zu meinem Ding. Das war scheiße. Random. Random da irgendwo auch nicht. Oh! Ah, komm ich. Ja, also ich bin in der Mitte, gell? Ich bin im Recall. Nein, ich bin so schlecht. Ah, da unten ist das Ding. Ah, da unten ist das Ding. Ah, da unten ist das Ding. Tschüss, Markus. Das schafft er eh nicht, da. Nein, ich bin tot. Weil ein Kollege hat mir das da auch nicht getan. Ja, ich wollte eigentlich, dass es klappt, aber es war auch dumm. Aber bevor er eigentlich keine Fallenpunkte kriegt, wo alle in die Scheiße hingesprungen sind. Oh, das schwarze Loch. Oh! Nein! 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 Für Markus ist es echt zu hoch da an dem Stachelding da vorbeigekommen. Ich komm da nicht vorbei. Du kannst nur vorbei, wenn du auf uns draufstehst. Ja, aber... Wow, ich habe Errungenschaft freigeschaltet. Talentsuche. Ich glaube, weil ich nicht mehr über das Erste hin und ich sonst gekommen bin. Ja, es wäre ein guter Videotitel, König. Ja. Aber ich lad ja nicht auf deinem Channel hoch. Ja, ich werde auf uns draufsteigen. Juhuuu. 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 Seid gar nicht mehr mal. Ja, will ich Eintappen oder wie? Und jetzt? Ich weiss was so ein jetzt ist. Mach was jetzt liegt der da? Ja. Mach er, komm. Meinst du, der Stahl muss weggehen? Nein, ich glaube nicht. Ja, du willst bloß einen unehrenhafter Sieg haben. Nein. Entstanden. Kann man da den dünnen Spalt da durch? Mach ich schon langwenig. Der ist jetzt. Los, los, los! Ja, was? Nein! Nein! Was? Boah! Ei, ei, ei! Ja, ruck du mich weg! Schieb' mich runter, Markus! Ihr habt keine Punkte mögliche! Jetzt springt, König! Boah, der unehrenhafte ewige Schamke. Ich hab' mich noch nicht gewonnen. Chill' mal. Ja, letzte Runde. Kann niemand dafür, dass du da unten versagst. Was hat man da jetzt weggesprengt? Was hat man da jetzt weggesprengt? Jetzt schafft's wohl jeder, oder? Naja, kein Schamke. Naja, kein Schamke. Wenn sie es ab schafft, schafft's jeder. Na! Nein! Schub' mich an! Schub' mich an! Schub' mich an! Schub' mich an! Ja, da haben wir das Bom-Camper wieder, gell? Was ich wieder zieht, gell? Ja, ich hab' auf den gewartet, bis der kommt. Ja, der Schuss, ja. Ja. Die haben gewartet, bis der kommt, was? Ja, 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 ja. Das war nicht so kalkuliert. Ja. Du kriegst zu einem, verliere mich. Ja, anscheinend bist du noch schlechter. Ja, ja, ja. Das ist wie einer, der da unten springt. Nein, ich bin einfach so kein Gewinner. Easy Win. Ja, logisch. Easy Win.